Wir haben es verdient, den Swiss Music Award zu gewinnen, weil wir Felsch sind und weil wir sehr gut auf Deutsch sprechen müssen. Meine erste CD, die ich gekauft habe, ist Baby One More Time von Britney Spears, weil ich gerne wollte, dass sie mein Babysitter wäre. Die letzte CD eines Schweizer Künstlers, die ich gekauft habe, ist Materhorn ist in Thun von der Swiss Jodel Band. Oh, wie ein Schöneval. Yes, it is. Der nervigste Song 2012 ist der Song Damages von der Death Metal Band, Benny's the Massacre. Wenn meine Großmutter meine Musik hört, dann nimmt ihre Libido viel zu. Nein, ich necke. Natürlich ist sie viel stolz auf ich. Die beste CD aller Zeiten ist Fear of a Blank Planet von Procupine Tree. Das erste Konzert, das wir gemacht haben, war eine Gluglug Party. Und das Ziel dieser Party war, viel zu trinken. Wenn ich Gangnam Style höre, möchte ich ein Pferd töten. Wenn ich den Swiss Music Award gewinne, dann müsste ich eine originale Rede finden. Ich werde niemandem danken und ich werde nicht über Delfin zu retten sprechen. ver îlte delibesкус zu werden.